Na gut, haben wir das auch. Du bleibst schön hier, kleiner Mann. So, was brauchen wir noch? Es ist dunkel, es ist dunkel. Ja, wir können eigentlich bald dann mal mit dem Boot weiterfahren. Wirklich Richtung, einfach Ozean lang. Oh, dann schippern wir so ein bisschen an irgendeine Küste. Oh, dann gucken wir mal. Oh, wir ankommen, ne? Klag ist nur, was wir mitnehmen. Ne, ich bleib erstmal noch einen Augenblick hier. Gucken, wie weit wir die Hunde hier holen. Ja. Wir können auch los. Oh, Pflanzen. Pflanzen. Zack. Bucht. Puls. Ohne. 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 Loot. Loot haben wir auch noch dabei. Da ein bisschen Food. Und noch ein Peels. Zwei Boote. Wollen wir müssen essen, ne? Also ab in die Küche. ein paar Steaks mitnehmen. Und dann... Jo, können wir los, ne? Ja, ne. Ist dunkel. Lass mal schlafen. Auf zu neuen Gefilden. Okay. Was ich auch vorher nochmal machen werde. Ist... Wir merken... Oder ich habe es... Ich habe es immer auf Druck gesetzt hier. Dass wir speichern, wo wir überhaupt sind. Wo wir... Dass wir hier auch irgendwann zurückfinden. Falls wir Probleme haben sollten dabei. Was ich mir durchaus vorstellen kann. Was passieren kann. Ja. So. Da haben wir im Kreis gelaufen. Ich nehme lieber das Brot. Dann haben wir keinen Hunger. So. Durch unseren... Küchenweg hier. Und hoch. So scharf. Zack. Nix. Die Sicht ist schon geil, ne? Shadon. Ist das so viel besser, das Spiel. Oh Gott. So viel besser. So. Weiß nicht, ob ihr das ab und zu mal hört. Mein Handy vibriert eigentlich die ganze Zeit. Nervig. Aber... Hm. Dann ist ja... Nein. Nur Gruppen. Nervige Gruppen. Alle... Ein paar Minuten irgendwas schicken. Das... Vollkommen irrelevant eigentlich. Macht ja nichts. Sollen sie machen. So. Wir haben die Coastal Region erreicht. Und werden uns jetzt... In unser kleines Boot setzen. Und lospaddeln. So. So. Vielleicht muss ich mir nicht irgendwas auf weh legen. Nämlich zurücklehnen. Dass wir ein Makro setzen können. So war ich aber nicht. Egal. So kriegen wir müssen was mit. Und die Gegend angucken. Ein Kompass hätten wir mitnehmen können. Egal. Egal. Oder schon Land. Och Mann. Oh. Bergig. Ja, bergig. Und Lava. Hier hätten wir natürlich auch die Railor übersetzen können. Oh, das ist natürlich geil hier. Und da oben könnte man perfekt so einen runden Saal reinbauen. Das ist natürlich ein geiles Gebiet. Das sieht ziemlich fett aus. Jedenfalls von dieser Seite. Sogar mit Wasserfall da drüben. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Auch ein gewaltiger Berg. Alles hier. Schön, schön. Auch so viele geile Möglichkeiten zu bauen. In Nether müssten wir dann... Ah, Savanne oder was ist das? Savanne. Ich glaube, Savanne wird es genannt. Bin mir aber nicht sicher. So. Weiß gar nicht, was für Tiere es hier gibt. Ob es hier andere gibt. Ne, ne. Weiß nicht. Aber das wird auch ein großes Gebiet jetzt sein. Dadurch, dass die Biome generell ja größer sind. Was ich immer noch bereue. Die Idee zwar hinter ist zwar finde ich schön. Aber... Das sind einfach zu krasse Strecken. Meiner Meinung nach. Die man überwinden muss, um ins nächste Biome dann zu kommen. Na ja, macht ja nichts. Macht ja nichts. Wir... Treffen uns hier schon durch. So. So. Versuchen wir mal ein bisschen Strecke zu machen hiermit. Mit dem Bötchen. Wir haben auch wieder Graslandschaft. Beide Flächen. Vielleicht finden wir hier ein paar Pferde. Dann wissen wir auf jeden Fall, welche sind. Ich weiß gar nicht, womit man die füttert. Ich glaube Karotten auch, oder... Keine Ahnung. Also ich brauchen wir es nicht. In unserem Gebiet finde ich so ein Pferd ein bisschen nutzlos. Bisschen zu viel Berge. Und zu viel Wasser. Ne, warte. Ich fall in die Richtung. So. Sehr gut. Kühe. Mhm. Hier hätten wir jetzt spätestens welche gefunden, wenn wir sie nicht da vorne in den Gebirge gefunden hätten. Oh, sogar Wüste. Oh, hier treffen Biome aufeinander. Nicht gut. Oh, Wüstenvillage. Nice. Können wir gleich mal hingehen. Wehe. Wir finden unser Haus nie wieder. Das wäre schrecklich. So. Leute. Was gibt's denn hier? Hallo. Was ist das denn? Eat Root. Was ist das denn? Eat Root. Ich kenne mich nicht. Kenne ich nicht. Eat Root. Ja, toll. Oh, Mann. Bestimmt einen einfachen deutschen Begriff hier. Hier, wo jetzt gerade leider nicht geläufig ist. Hier ein geiles Haus. Das ist ja raus vielleicht. Aber ent. Hat doch irgendwo eine Fackel gerade noch dahinter. Geil. Verhalten. Oh, der hat noch ein geileres Haus. Da ist aber nichts drin. Außer einen Busch, den wir gerade abgebaut haben. Vielleicht war das sein ein und alles. Können wir den auch tamen? Kann man Hasen tamen? Hier sieht man die Wunderbollen. Wundervollen Sachen. Die man machen kann, die man machen kann, wenn man die Welten procedure generiert. Sowas. Türen so weit oben, dass man gar nicht hinkommt. Ich guck mir die hier. Ich guck mir hier die. Oh, geil. Hm. Dann kommen die nicht. So. Was gibt's denn noch hier drin? Nichts. Nichts Relevantes für uns. Vielleicht in dem Haus, vielleicht in dem Haus. Man weiß es nicht. Nein, auch nicht. Auch viele Häuser hier, ne? Sehr viele Häuser. Aber keine Schmiede, was ich ein bisschen schade finde. Gibt's das noch? Schmieden? In Dörfern? Haben sie es rausgenommen? Ich glaube, es gab Schmieden, oder nicht? Hm. Ach, was weiß ich. Es wird dunkel. Aha. Verorten. Das wäre sogar ganz gut dann, wenn wir. Oder essen die Äpfel? Äh, die Pferde. Ich glaub, Bunnies. Hier. Können wir nicht mitnehmen, ne? Doch. Aber die voll... Ja, aber der ist zu klein. Äh, die sind zu weit. Wir können die nicht ins Inventar stecken, oder? Aber zu weit weg dann. Wäre natürlich nice, aber... ...geht nicht. Was ist denn das denn? Der war groß. Der war groß. Der war sehr groß. Ja, komm doch her. Die halten viel aus. Oh, die vergiften einen. Toll. Oder ich hab Hunger. Sagen wir so. Mistviecher. Okay, ist nix. Ist nix. Was gibt's hier zu gucken? Die Angst. Da hab ich keine Tür mehr, ne? Der war schuld hier. Die sind schnell mit dem Nachpflanzen. Was sind das denn für Leute? Wo hab ich die einfach nicht alles mitgenommen? Gut auch. Ist auch möglich. Ich möchte hier gerne ein bisschen abwarten. Äh, bis es wieder Tag ist. Ich möchte jetzt kein Bett platzieren, oder so. Ich weiß nicht, wie sich das verhält, wenn wir das Bett wieder abbauen und dann sterben. Bauen wir wieder ganz am Anfang, wo wir das erste Mal gespawnt sind, oder... ...bauen wir bei dem Bett, was noch steht. Weiß ich nämlich nicht. Das wär interessant, aber... ...also, mal auszuprobieren, aber... ...mach ich vielleicht, wenn ich zurück bin. So. So. Wir machen uns doch einen Weg hier. Pferde! Ich wollte Äpfel haben, oder so, ne? Kann ich das auch machen? Ach, Mann. Ich hab aber keine Äpfel. Das ist jetzt ärgerlich. Ich hab vorher nicht drüber nachgedacht, welche mitzunehmen. Vielleicht kriegen wir aus dem Baum da Äpfel. Wir haben sowieso keinen Sattel, oder so. Brauchen wir einen Sattel dafür? Ich glaube nicht. Vielleicht glaube ich aber schon. So. So, müssen wir hier mal fahren, ne? Warten. Ah, es wird glaube ich auch gleich wieder heller. So ist es ja nicht.